hallo zusammen diesmal wieder bei sonne das war anders befürchtet ich habe gestern abend erstmal alles an regen kombi und wasserdichten ersatzklamotten und hast du nicht gesehen eingepackt was ich so hatte weil eigentlich seit anderthalb zwei wochen nur regen angesagt ist und ja wieso das ganze weil ich mit der gekrackten maschine ich weiß nicht ob man es erkennen kann da riss im frontgeweih obere und untere geweih teile oder wie auch immer die heißen dank eines minderbemittelten mitmenschen der meinte er muss meine maschine von den ständern schmeißen in der garage dritter fall von vandalismus und die leute die mit mir in dem haus wohnen scheinen sich auch nicht dafür zu interessieren und lassen immer die garage offen was es natürlich nicht einfacher macht dementsprechend bleibe ich jetzt wieder auf den kosten hocken und zu allem naja unglück habe ich zwar jemand gefunden der das gut und günstig macht der ist allerdings weiter weg und wie ich erfahren habe kriegt er die verkleidungsteile nicht die ich brauche das heißt es wird nur das frontgeweih getauscht und dafür fahre ich jetzt knapp 200 kilometer nach braunschweig mit meinem ogeo mach 5 auf dem rücken da sind klamotten drin unser zeug da ich dann ja mit der bahn zurückfahren muss bis ich die kleine wieder abholen kann es wird viel autobahn werden aber das muss so sein weil mit dem gekrackten frontgeweih will ich jetzt nicht allzu holprige strecken fahren und daher weiß ich nicht ob das so ein langes vlog wird denn ich vermute fast es wird ein bisschen sehr laut auch wenn ich eher langsam fahre aus sicherheitsgründen aber ich dachte zumindest ich erkläre mal kurz was ich mache und dann versuche ich mal ein paar bilder zusammenzuschneiden ich habe siri im ohr und musik denn so knapp zwei stunden fahrt das glaube ich alles andere als spannend da ist auch schön mal alleine zu fahren aber ich bin generell jemand der zum abschalten alleine fährt aber wenn ich irgendwo hin muss dann lieber mit jemandem zusammen irgendwie einfach abwechslungsreicher und ich merke jetzt schon der wind ist verdammt laut ich mache mal das visier ganz zu vielleicht ein bisschen besser ich habe immer noch keine möglichkeit gefunden meinen kopf irgendwie so zu morphen dass der helm licht dufte licht dufte duft lichter abschließt duft lichter sein duft dichter verdammt aber ja das ist so eine schöne kurve wenn hier nicht leute mit 70 durchfahren kannst du richtig gleichmäßig in die kurve gehen hier ist noch tempo 100 aber spätestens wenn es dann auf die a7 geht werde ich glaube ich die kamera nur noch sicherheitsgründen mitlaufen lassen drückt mir die daumen dass ich heil ankomme ich habe durchaus ein sagen wir mal mulmiges gefühl und das ist noch sanft ausgedrückt aber wird schon schief gehen muss ja denn ich bezahle bestimmt nicht das doppelte für die arbeit nur um es hier in kassel machen zu lassen so und jetzt 700 millionen kilometer auf der a7 oh was ein gepuckel hier scheiße man oh man oh man brauche ich jetzt gerade echt nicht ich habe keine ahnung wie lange es hier noch begrenzt ist da vorne scheint es aufzuhören in diesem sinne würde ich mal sagen bis später so wir sind da gleich hoffentlich ich brech so langsam zusammen die kleine hat sich bisher wunderbar gemacht ich hoffe sie schafft auch die letzten meter noch und dann mal gucken was der onkel doktor so sagt da ist schon mal ein anfang das ist der meckes da ist der burger king und da muss ich schreien das sind landmarken die ich mir merken kann ich sehe es schon geschafft da pms bikes wunderhübsch wo geht es denn rein da geht es rein und komme ich da vorbei bestimmt so kleine vielen dank für die gute tour jetzt bekommst du mal was gutes und dann mal gucken die arme kleine mal abgesehen davon dass er jetzt aussieht wie hund dank der fliegen egal danke für die tour auch wenn es nur was kleines war ich gebe laut sobald sie wieder da ist in diesem sinne tschüss 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 Vielen Dank.